fsk 18 bitte schalten sie jetzt ab wenn sie nicht 18 jahre alt Pro Gaming, 1 Pro Gaming, 2 Pro Gaming, ne alter, spielen da 3 auf einer Konsole? ja es geht ja bis 4 was really nigger Meisteranfänger und Anfänger die beiden anderen sind aber auch nur Anfänger, weil sie wie heißt, ne? was ist das denn? Xbox-Spieler? das ist hier NES, oder? ja, ich weiß aber, da war vorher so ein Gesicht, also so ein Kopf, deswegen das kann angehen, das ist Xbox-Spieler schade übrigens habe ich hier hier, ähm, die Windows 10 Variante von Minecraft echt? ja, ist, äh, bei Dings, äh, schon vorziviert wobei, wie erst hat Windows 10 ok ja das heißt, Minecraft ist vorziviert auch Windows 10 ja, ja, weil es ja halt Minecraft, äh, hier Makershoff-Spieler und ich habe auch, äh, hier Candy Crush äh, irgendwas sagarmüssiges was ich natürlich aber der war, äh, der war nicht so, der war nicht so dolle und ich halte mich immer zum, ich halte mich nie mehr zurück nein, mach das nicht das Witzige sind doch die Beleidigungen da nach, ey ja, wobei ich immer, also ich sage, alter, rammelt der mich von hinten alter, was ist denn mit der Grafikkarte los? was ist denn? 66 Grad ja, ist doch völlig normal, alter, die sind richtig, das sind auch jetzt Köpfe aber das ist das erste Mal, dass ich die so warm erlebe, äh, seh ab wann gehen denn die Lüfter eigentlich bei dir, ja, alter, wann gehen denn die Lüfter bei dir an? ab 65 Grad auch erst, oder so? nee, ich glaube, ab, äh, äh, 55, 60, glaube ich weiß ich gar nicht ja, dann ist das wirklich ein bisschen heiß denn, stimmt was, definitiv mach mal, mach mal dein Gehäuse auf ja weil, dann wirst du nämlich, also wenn du da wirklich deutlich niedrigere Temperatur hast, ne? dann hast du ein richtiges fucking Nuttenproblem dann hast du wirklich ein Problem ah, schade wär der durchgekommen, der wäre erst ein Tor gewesen nein! ah! was macht der Posengebirge? alter, was machen die da? alter alter, wie? uah! 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 das stimmt schon mit Anfänger äh riecht das auch so an schon uah, schade ooooh! fast, alter haha das ist echt so, deine absolute Vorstellung der kam aber wirklich gerade, genau so wieder zurück wie er, wie er es kam, alter haha uah, was? ähm die da ist schon eine Schwachstelle, Alter roh, der wäre auch bei einer wieder gegen Posten, JAAA hahaha Alter, das war ja nun aber wirklich schon penetrant, Alter. Zweimal hintereinander, Pfosten und einmal Pfassen. Oh, Alter, wir sind da angeplatzt, guck, Freunde. Alter, Alter, weißt du was Süßes? Robi ist hier so beliebt in dem Haus, ne, kommt ein Nachbar, älterer Typ, ganz nett, ne? Und wie heißt das hier? Er sagt, du, Robert, ich hab ein Auto für dich. Er sagt, ooooh, willst du mit nach Gantekwo ganz oben, weißt du? Ähm, BOOM! Das ist doch immer befreit! Du scheiße bist gefahren! Er hat mich über das langsamste Tor gefreut und dann noch mal der! Du schießt nie wieder Tore, Alter. Nee, ich glaub auch! Sie hat jetzt irgendwie vier Tore geklaut! Er, äh, der kurz... Nee, pass auf, dieser netter Nachbar und sowas, ne? Und sagt, er hat ein Auto. Und dann fragt er, willst du mit nach ganz oben kommen? Und wir dann alle mit nach ganz oben gefahren, ne? Und da ist ein geiler Ausblick. Naja, und Robi dann mit rein, hat er so... So ein Auto gekriegt, hier ne... Äh, ne... Ne Viper. Äh, ne Cabrio Viper. Hat er schön so ein kleines... Nicht so hot wie jetzt, sondern ein bisschen kleines bisschen größer. Richtig cool. Guck mal, beliebt hier. Hast du mich reingezogen, ne? Ja. Cool. So freundlich bin ich zu dir und was... Und was machst du mit... Jaau! Mir klaut immer die ganzen Tore. Einer von denen ist auf jeden Fall die ganze Zeit Afgha. Frag mich, wie das geht, Alter. Die sitzen doch genau nebeneinander. Ich muss mal kacken! Boah. Nein, diesmal nicht! Nee, diesmal leider nicht. Leider vor allem. Ich war Hemd dran. Ich kam da gleich angeflogen, glaube ich. Ach, da, siehst du. Boah. Alter, war das wie eine knappe Arsch. Angeschossen kam ich da, Alter. Da muss ich da kein Torfüß sein. Boah! Schade! Machen die nackt Tore? Boah. Hat er den nochmal gekriegt, Alter? Das war aber gut, ja. Das war aber gut. Boah. Hat man mich noch ganz knapp gesehen. Das war ein schönes Ding, dass er den auch eingedreht hat. Oh, nicht schon wieder. Der war gut! Bist du hoch geflogen? Ja. Geil! Du hast auch schön die Nase nach oben gehalten. Das war sehr gut. Muss so sein. Ja gut, muss so sein. Ah! Boah, schade. Ich hab den eingefroren. Komm. Komm runter. Oh! Scheiße! Ich war völlig überfordert gerade. Oh! Das war jetzt scheiße. Hahaha! Ich hab hier jemanden auf dem Dach! Hahaha! Trag ich da jemanden auf dem Dach mit mir rum? Oh! Oh! 7 zu 1? Oh! Wann haben wir denn 7 Tore geschossen? Ich hab 5 geschossen. Warte, da steht einer mit. Pümpel, oder? Nee, nee. Den hab ich da rein teleportiert. Oh! Oh! Sauber! Oh Gott! Ah, da hat mich jemanden blockiert. Ah! Was? Was? Jetzt! Oh, sauber, Alter. Schön. Ja, schön mit dir noch. Hä? Irgendwie wollte ich den wegkriegen. Aber leider, ich hab ihn... Ah, siehst du das? Ich hab ihn mit dem Dach gekriegt, wenn ich mit der Motorhaube bin. Dann wär er weiter weggeflogen. Mhm. Hätte ich ihn ein bisschen schärfer rangekriegt. Oh, bald gibt's wieder Schokopizza. Bäh! Ja, du musst ihn mal probieren, Alter. Vorher kannst du gar nicht sagen, dass das nicht schmeckt. Du magst Schokolade, du magst wie heißt der Tierkuchen, du magst Kuchen, Schokolade. Ja, nee, Schokolade mag ich ja nicht so gerne. Alter. Ich esse es zwar, aber nicht so gerne. Was ich halt am liebsten mag, ist diese ganz dunkle Schokolade. Ja, da ist ja auch ordentlich dunkle Schokolade drauf. Boah! Scheiße! Ich hatte... Schade! Konnte nichts machen. Ich hatte ja... Wie heißt das hier? Da ist ja ordentlich dunkle Schokolade drauf. Die besteht ja fast nur aus dunkle Schokolade. Also wie gesagt, die solltest du probieren, bevor du sagst. Äh, oder sonst was. Die ist wirklich richtig geil. Heute bei Rewe gesehen, die ganze Truhe war voll. Ja. Wobei ich hier gerade mittlerweile auch... äh... jetzt aktuell sechs Pizzen in der Tiefkultur habe. Ähm. 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 noch mal raus. Ne Tobo-Kiste, habt ihr eine Macke, Alter? Ne Tobo-Kiste habt ihr eine Macke, Alter. Ah... Mit Menschen knastig, weiße, ne? das ist ja mal ärgerlich, Alter äh, lass mal öffnen, ja, wirklich muss mit dem, die ich nochmal spielen könnte das ist ja mal bitter, Alter hast ja Glück gehabt, dass du gleich eine Tobu, äh, deine Nitro-Kisse gekriegt hast ja, so gucken wir, was du nimmst und das gleich sogar nach dem ersten Spiel ich kann ja derweil mal kurz, äh, ein paar neue boah, Mann, Alter, jetzt, nee, jetzt ist es wirklich penetrant jetzt reicht's mir wieder die Scheiße mit dem Penisfisch da drauf also das reicht mir jetzt wirklich, ehrlich, das find ich frech das ist einfach nur noch frech das geht so nicht mehr äh, 4, 8 hä, man spart ja gar nix, äh ne, weil wenn man 10 kauft, spart man nix das kostet sogar 1 Cent mehr, oder? ja hä, was ist das denn für ein Scheiß? Moment ja, ja, gut auf, äh, aufladen äh, ganz kurz das hätte ich ja nicht auch außerhalb der oh nein vier schlechte Sachen sind in der Kiste drin und dauerhaft kriegt man die scheiß vier schlechten Sachen also das, das ist das find ich, das ist, ganz ehrlich, das ist Abzocke was anderes ist, das ist pure Abzocke die strafbar sein sollte was war los, ich hab den Scheiß jetzt schon wieder, Alter was sag ich mit dem Scheiß, ganz ehrlich was hast du denn jetzt bekommen? er wird ja jetzt einen Penisfisch denken, davon Breakout das ich schon hab, Alter was ich das hab ich doch in der letzten Kiste, Alter ist das denn ernst? das hab ich in der letzten Kiste gehabt, ja ja, stimmt was die Grafikkarte ist, äh, jetzt wärmer als der CPU wie viel Grad hast du denn da jetzt? 71 Grad, äh, die Grafikkarte und, äh, 68 Grad der CPU ach, oh, geht, nee, warte mal, abbrechen ähm, äh, geht gar nicht mit Spielen gerade, ne, oder was? du willst Karten kaufen warte mal, warte mal warte mal, warte mal mache ich immer extra, deswegen ich mach nicht immer auf, äh, alles okay so, jetzt können wir hat ein bisschen länger gelocht oh man Karte Was ist los mit dir? Hast du so ein Schnellclipser-Gehäuse? Oder musst du es mit Schrauben aufdrehen? Mit Schrauben. Echt? Nicht mit so einem Schnellverschluss? Ich dachte, die haben heutzutage alle so einen Schnellverschluss. Ja, aber das ist ja nicht bei... ...hier Dings. Na, bei hier gedämpften. Glaube ich. Ah, das hat damit ja nichts zu tun, ey. Hujouiuiui! Mach mal da schon! Ja, scheiße, den habe ich fein gemacht. Ja, aber das wird langsam echt brutal, Alter, mit dem Scheiß. Zwei mal untereinander die gleiche scheiße aus der Giste? Ist das denn in der Hand? Können wir mal erzählen, warum man sowas macht? Also, das ist wahrscheinlich nicht mehr witzig, ganz ehrlich. Was mache ich hier? Aber ganz ehrlich, sind so eine Krates nicht Glücksspiel? Ja. Eigentlich ja. Glücksspiel verboten in der Richtung in Deutschland. Man darf nicht einfach Glücksspiel machen. Aber so gesehen werden dann auch z.B. Pokémon-Karten-Glücksspiel. Wenn immer das gleiche drin ist, das geht einfach nicht. Was soll ich denn damit denn? Was soll ich mit zweimal den Scheiß? Ich will mir das erzählen. Du könntest höchstens den Scheißladen verklagen, keine Ahnung. Wenn du genug davon hast. Oh, das hat er gut gemacht. Oh, ich höre schon wieder so ein Hurensohn, der dauernd immer was von Paraden schreibt. Ja, lass ihn doch. Ja, stimmt. Ich glaube, der hat die neue Felge. Ah, ne, hat er nicht. So, hoffentlich machen wir jetzt auch wieder Satziertore. Dann schreibe ich ihm lieber aus, eine Parade. Schreibt der eben mal mal ein Tor lucky, Alter. Das ist scheißegal. Ne, kein Tor, ich glaub's nicht. Oh, doch. Was für eine Parade. Schreibt der nächste an mit Paraden, Alter. Wo war denn die Parade? Da war ja nicht mal eine Parade. Ah. Der Schüss, äh, der Schüss. Ja, Alter, schon richtig. Was ist denn jetzt los mit mir? Oh, Gott. Ah, schade, Alter. Hat er den dann noch gewusst. Verkackte Vertausch. Jetzt auch nur Turbo. Maaan. Oh, scheiße. Komm, ich bin schade. War das dein Eis? Ja. Wahnsinn, Alter. Was? Nein! Warum? Wer hat ihm das Eis denn so perfekt da gemacht? Wie kann man, wie geht das denn? Hast du das Eis gemacht? Nein. Wer hat denn so perfekt... Ey, er wusste, dass das Eis gespielt wird. Hast du das gemerkt? Er hat ganz genau gewusst, dass da Eis kommt. Oh, Gott. Er ist sofort nach rechts gefahren, als er das wusste. Also, und dann macht er noch Pömpel. Wie hat er das denn gemacht? Also, wenn da mal nicht ein kleiner, süßer Hacker ist, ey. Nein, wieso nachts zur Seite? Nein, wieso nachts zur Seite? Ja, scheiße. Der regt mich auf, dieser... Ich sag das, das ist ein Hacker, sag der ganz selb. Ja, wenn... Das ist kein... Aber das ist kein Team. Und er wusste, dass Eis kommt. Ja. Das wirst du in der Wiederholung sehen, ne? Müssen wir jetzt mal ein Tor machen, Alter. Ich nehme mal nochmal drei. Weil ich für Hacker bin ich absolut gar keine Chance gegen. Das ist nochmal das Problem. Ich habe mir gar keine Chance gegen Hack. Ah. Boah, shit, Alter. Wieder Falsch bekommen. Oh. Oh, ging das mal... Los, spring, 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 spring. Ja. Boah, guck, Alter. Das war der Typ, der hat... Das ist ja natürlich klar, dass er das hat. Das war klar. Das war hundertprozentig klar, dass der, wie heißt das, hier, enterhaken ist. So, Vorsicht, Staffel. Was, Zäule, warum schreibt der jetzt fuck off? Was? Wer? Der, 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 den du geblockt hast, wahrscheinlich. Ach so, ja, weil bestimmte Anreden das so nach Motto genommen hat. Die können sich nicht vorstellen, dass jemand von hinten kommen kann, um, wie heißt das, ein Tor zu machen, weißt du? Irgendwie, ne? Boah, Alter. Nein, die müssen... Was war das denn? Sechs? Sechs, wie heißt das? Warte, Stachel. Boah. So. 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 Die regen mich auf! Ja. Wie sagt der eine, 100 pro Hacker, deswegen. Ist nicht schlimm, dass wir hier vergehen. Oh, oh Mann. Das ist wirklich absolut nicht schlimm. Den Hacker darf man verlieren. Ja. Auch definitiv gleich Lobby wechseln, wenn der Vital nicht erbaut. Oh, Alter. Ja, der hat immer alles das, was er braucht, Alter. Deswegen, da, da cheatet er sich schön was zurecht. Ja. Easy, ja. Fick dich. Entschuldigung, aber das war... Ich bin auch easy, wenn ich hier sortiert hätte, die ganze Zeit so ein Scheiß-Hack. Ach, der ist schon weg. Ja, Alter. Die Tech haben wir nicht zu tun. Näh.